Moment, ich mach mir jetzt erstmal ein Schwert, zwar noch ein Stein würde ich sagen, aber jetzt ist Holz. So, oh Schwert, was hier Angriffschaden macht das, oh mein Gott. Alter, was lese ich gerade anstatt Truhe? Türke. Mhm, die Truhe sieht voll aus wie Türke. Na, wir lesen davon sicher. Ach ja, heute ist das Ramadanfest, habe ich da irgendwie gelesen. Und ich möchte natürlich, sollte ich Muslime hier als Abonnenten haben und ihr feiert das wohl bemerkt. Es gibt nämlich auch viele, die das nicht machen. Ähm, wünsche ich ein frohes Ramadan. Also, ganz ehrlich, ich muss sagen, auch wenn keiner, äh, keine Muslime jetzt hier unter den Abonnenten ist, muss ich sagen, lass zurück das Feier. Ja, was ich halt scheiße finde, dass, äh, wenn da jetzt Schule wäre, dass sie da, äh, frei hätten. Da will ich wenigstens auch, dass wir Deutschen frei kriegen. Weil die, sie dürfen ja auch unsere Deutschen Feiertage mitfeiern. Haben da frei. Ich muss jetzt, jetzt gucke ich mal. Pam, pam. So, drei Teppiche. Hey. Das sieht sogar sehr schön aus. Sieht eher aus wie Schnee als, äh, für Anstatt zum Teppich, aber... Not bad. Nichts dagegen. Natürlich. Äh? Ich bin der Junge aus der Nachbarschaft. Die Nacht wurde durchgemacht. Ich bin kaputt. Erwartungen steigen. Ich spiel den Druck. Ich muss mein nächster Bett nicht rauffahren. Nur die Mucke kann mich aufhören. So. Ein bisschen Teppich ausgelegt. Ja, dann würde ich mal sagen, wir legen jetzt mal die, den ersten Fundstein. Für. Die. Mine. Das mal ziehen. Die Lunge voller Smock. Mach mal nicht auf Gangster Battle Rapper. Denn keiner von euch Gangster battle färscht. Schass mal hoch. Bis die Lunge brems. Z. 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 Ach? Und auf Kano. hey, ein Samen, mach mal hey, das ist ein Kasami dann oh, ja, Samen gesagt ich muss mal Kasam dann ich bin zugelegt 1, 2 so nee, nochmal nee, das geht ich bin Kamera-Spotlight-Dinfiziert du bist Benzler Versace Louis Vuitton du hast Geld, Koks und Dumpen in York es ist ein Show ich bin Tester man sagt zu mir du bist Benz-Nike oder BMW falls ihr so ein paar Stimmen hört ich guck nebenbei South Park muss man ja einer muss ich ja gucken deswegen fangt ihr an mit dieser Schauspielerei doch werft eure Maske weg deshalb bin ich auch im Moment zu ruhig nicht mal weil ich jetzt ein bisschen die Musik genieße obwohl das tue ich natürlich auch aber die Frames haben sich stabilisiert geil die Frames haben sich stabilisiert dann tue ich hier noch freilegen so dann tue ich hier noch freilegen so 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 Dann, was mache ich? Ja genau, Grundstein. Ja, eine Schiffe weiß ich glaube ich nicht. Ja genau, was mache ich? Ja genau, was mache ich? Ja genau, was mache ich? Ja. Ja, mir fällt auch gerade so kein passendes Thema, obwohl doch, jetzt schon. Das ist ja wirklich endlos. Ja. 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 Ja.